So... Ah, ich hab aber auch unheimliche Lex im Moment. Bei mir sind sie gerade weg. Für Ping hab ich 17. Selbst auf dem WGA, wo normalerweise nix ist. Upload 12,73. Ne, Download 12,73. Upload 0,88. Ja, da brauchst du dich doch nie wundern. Was hast du sonst? 0,88. Naja, hab ich... Etwas wenig. Ja, ja, ähm... Etwas, ja, ist gut, ja. Wie kann ich denn das hochkriegen? Ja, äh... Mit meinem Bieter telefonieren? Was warb der da für Scheiße? Nur eine Frage, was die da für Mist machen. Was steht dir denn laut Vertrag eigentlich zu? 16.000er Leitung. Ja, mit... Download und Upload? Warte. Mit 16.000er hast du ungefähr 1k Upload, glaub ich. Wer ist das nicht? Ja, okay. 2 MB. Oder 5 MB. Da muss er mal in seinen Vertrag gucken. Jo. Das meint sich ja gerade damit. 2 MB. Moin Alex! Moin Alex! Boah, schrei ja nicht so. Ich schrei ja nicht. Warte. Ja, ich liebe dich. Hier gibt es wieder mal Schrei. Warte. 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 Musik Musik Das hört man sich mal einfach machen, ne? Aus wehen und gleichzeitig einsammeln Klar, da kannst du ja auch dran hängen, ne? Lass uns nicht ein Problem machen. Lass uns nicht ein Problem machen. Sehr genau gearbeitet, die Wiese, ja? Ja, ne? Ist doch egal, es ist eine Wiese. Ja. 16.000 Download und Upload 1.024. Ja. Wie lange ist denn 880? Oh, gut. Wäre zu sagen. Ganz schlecht. Ja, das ziecke ich ja gar nicht mehr rum hier. Ja. Also gerade Ausräumen geht ja noch, aber Kurve geht ja mal gar nicht. Wo bist du überhaupt da hinten? Ja. Ja, das ist eventuell am Modem, dass es so alt ist. Unwahrscheinlich. Ja, ist klar. Ja, sieht er, wenn der nächste Follower da ist, ne? Ja. 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 Da könnten wir einen Dreck Race und einen Banküberfall machen. Das war's für heute. Das war's. Ja, sorry, da war noch die Freitablage aktiviert. Kann man fangen. Müsste da mal rüber gehen. Ich glaube, wenn ich hinten angekommen bin, dürfte voll sein. Ich glaube, es gibt noch die Freitablage. Ich glaube, es wird ein anderes Partikelsystem für den Ausriff geben. Ja, ne? Ja, naja, naja, gut. Ich glaube, es wird ein anderes Partikelsystem für den Ausriff geben. Ich glaube, es wird ein anderes Partikelsystem für den Ausriff geben. Bis zum Ende. Nee. Nein. Hallo? Ja. 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 Jetzt. Ja. 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 So spät kommen wir Deutschen erst wieder, ey. Was? Was kommen wir? ESC. Startnummer 17. Ach, ist er jetzt wieder, oder was? Es ist European Song Contest, oder was? Ja, ja. Ist er im Finale läuft heute, oder wie? Ja, in Österreich heute, ja. Ist es die richtige Auslosung? Ah, Vorwachsen. Naja, die finnischen Favoriten sind ja schon raus, ne? Ja. Die sind ja schon im Finale gescheitert. Ja, die haben noch einen aus Australien dieses Jahr mit dabei, ne? Ja, ja. Ja, das haben sie gemacht, weil sie da, was hatten sie gerade gesagt, weil sie seit 30 Jahren da zugucken wie Sau und eine große Fangemeinde haben da und deswegen haben sie gesagt, nehmen sie dieses Jahr ausnahmsweise mal einen aus irgendein Superstar mit rein da. Ah, wie voll die Ahre sind! Die Fingdowner sind. Du meinst die kleine grüne Anzeige? Das gehört zu den Drive Control dabei. Oder ganz oben links. Das ist der Glance Mod. E-L-A-N-C-E. Hier gibt's so viele, ich weiß aber nicht bei Modbuster. Wo genau jetzt? Weiß ich allerdings nicht. Erfress minus UK vom Kommen. Ah, okay. Okay. Der ist frei konfigurierbar. Da gibt es eine Konfliktdatei. Kannst alles schön einstellen, was du sehen möchtest oder nicht. Die Füllmengen, ab wann. Die Füllmengen.